Moin, Achtung, es wird dieses Video empfohlen mit Kopfhörer zu hören und äh, mein Gott, noch mal ein bisschen leide, dann soll ich die Scheiße stellen. Er ist seit 36 Jahren mit Metall verheiratet. Der Kreuz ist gerade. Das ist nicht gerade. Doch, ich will gleich wieder direkt in den Brass bringen oder was? Und wenn der Kreuz gerade ist und mir sagt, dass der Kreuz ist gerade, dann ist der Kreuz gerade. Die kennt doch sicher nicht Star Wars. Ja. Kennt ihr Bravheber? Ja, der hat nur ein... Ja, vom Angucken, den man erwürgen kann. Was? Bravheber, du Hyopater, dir weiß bestimmt, was du meinst. Was mir meinst. Komplett durcheinander. Du brennst ein komplett durcheinander. Lass doch einfach mal den Satz... Oh, mir ist jetzt komplett durcheinander. Der Kreuz ist gerade. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, der ist schief. Der ist gerade. Wann hattest du den jetzt mit Star Wars? Bravheber, du Dussel... Was ist der Kerl, Hohl? Bravheber, der den Leuten freihändig erwürgen kann. Weißt du, von wem der das hat? Nee. Von mir. Was ist der Typ, Hohl? Was ist der, Hohl? Da kannst... Da... Also, Willi... Willi... Ich hab... Lass uns das Scheißdenk fertig machen. Mir hat jetzt keine Lust mehr, mit dir zu diskutieren. Du diskutierst doch. Du fängst doch an! Für Zuschauer, mir ist heute Willi Willi ein Brass. Wieso denn? Weil du mich komplett durcheinander machst. Das hat er mir wieder unterbrochen. Jetzt weiß ich wieder nicht, was er mir sagen wollte. Liebe Zuschauer, heute Teil 2 mit Kopfballpedel... Pegel, sag ich schon. Das ist nur deine Schuld. Boah, jetzt mal in aller Ruhe. Teil 2, Kopfballpedel auf Rädern. Weg, Weg ist fast... Fuck, ja, John. Fuck, ja, John. Ich meine, deine Aussprache ist das mobile Station. Liebe Zuschauer, heute Teil 2, Kopfballpedel auf Rädern bauen. Du musst mir den Scheiß überhaupt sagen, das steht ja auch alles in der Beschreibung von YouTube und Facebook. Also, hier musst du... Wir sind jetzt wieder vier Stunden am Diskutieren, wie ich das beschreiben soll. Weil Pendel, aber er will das ja, dass ich das in den Fakschadon sag. Boah, ich lach da jetzt schon selber rüber. Das heißt denn, mobile Station auf Rädern. Liebe Zuschauer, wir haben letzte Woche schon mal unsere Konstruktion geschweigt. Hier kommt noch mal ein kurzer Rückblick. Blass, ey. Ey, so dumm ist der. Was hohes, hab ich mir lange schon nicht gesehen. Mir tut einfach bei der alten Naht, Mike Cut. Warum lachst du jetzt? Was ist das für eine Brille? Das ist eine Taucherbrille. Die, äh, äh, da kann ich auch, äh, unter Wasser mithaugen. Also, ein Meter. Zack. Wieder ein Meter. Wie ist der Meter jetzt denn auch da? Oh, pack nicht an. Mein Gott, mir ist 36 Jahre mit Metall verharrtet, das ist richtig. Mir will ich gleich den Brass. Und dann will ich laut. Und dann habe ich die Schnauze voll. Wie gesagt, der Kreuz ist schief. Das ist auch schief. Das ist nicht schief, das ist gerade. Erklär mir mal, wegen Kreuz schief sein, Toll. Ist nicht gleich lang. Wie gleich lang? Das ist doch gleich lang. Das ist doch hier Kanten und so abgeschnitten und wieder zusammengeschweißt. Ja. Dann ist doch, dieses Teil hast du so belassen. Das ist 60 Zentimeter lang. Und das hast du durchgeschnitten. Das muss das ja theoretisch kürzer sein. Nein, Weke. Mir hat hier... Überzeugstock. Die ganze Soße. Anstatt jetzt mal weiterzumachen, müssen wir jetzt, weil er jetzt von Überzeugung ist. Nach oben. Wer muss jetzt... Fällt das auf den Knochen? Los weg. Nummer eins. Zack. Geht da unten hin zu gucken. 108,2 Zentimeter. Ja. Wieder ansetzen. So. 102. Mir jedes Mal abgelenkt, dass man da weiß. Wir machen das jetzt so weiter und dann ist das gut. Das ist doch nur Unterkonstruktion. Ob da jetzt sechs Millimeter fehlen. Muss doch was aushalten. Die Unterkonstruktion braucht doch nur eine Stange aushalten, die ist ja nicht schwerer wie die als du eine Sau, ihr Körper. Schon wieder sowas von dem Brast, ne? Wir sind jetzt... Ja, aber Udo, die Stange, weißt du, wie schwer die wohl ist? Die hat gewiegt. Die hat ungefähr so viel gewiegt wie du auch. So, nur dir. Du musst die Stange ja so 30 wiegen, weil ich wiege ja nur 15. Was meint ihr, was Wilke wiegt? Schreibt das ihm in den Kommentaren. Also er hat die Größe zwei Meter und die Figur hat er wie ein Hochhaus. Ist das so? Warum guckst du mir so blöd an? Liebe Zuschauer, heute müssen wir wirklich fachkundig mit Gedanken spielen und das ist fachkundige Arbeit. Das ist finigran. Ganz finigran. Jetzt kommt das Wichtigste. Wir müssen Reifen an den Kreuz brauchen. Das heißt, volle Konzentration und auch Rechnen. Schmeiß mir doch gleich, Kopper. Ich werde so schlecht. Super bescheuert, anstatt die Reifen alle vier hoch zu heben. Das ist aber eine dynamische Aufnahme, sieht besser aus. Ja, dynamisch, mach weiter mit deiner dynamischen Aufnahme. Mir will fertig werden. Noch blöder Schmeiß, dann hab ich ihn gleich vom Kopf. Das sind die Reifen. Die kommen von der Sackkarre und die bauen mir jetzt hier so irgendwie ran. Mir hat sich schon genau überlegt, wie das funktioniert. Das sind Flacheisen, um die Räderstützen zu bauen. Und hier ein Rohr, um die Räder drauf zu stecken. Hier die Buchsen, die kommen rechts und links an den Rädern, dass die erstmal nicht runterrollen. Und das können wir da festspeisen. Die Konstruktion ist wohl überlegt. Das hat keiner mit Amateur zu tun, nee. Da musst du selber lachen. Wir sind Reize-Amateure. Mir hat noch nie Räder gebaut. Mir weiß jetzt noch... Ja, aber du hast es dir noch überlegt. Ja, mir hat schon eine Vorstellung. Aber Umsetzung ist bei mir ganz schwierig. Oh ja. Oh ja. Und du liest ja alle Kommentare. Mir hat jetzt erstmal ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Er ist Krüger. Akku raus beim Scheiben wechseln. Ja, das ist wieder so ein Schlaumeier. Das braucht man nicht. Das ist... Nur wenn du an den Knopf umkommst, dann kann der anschaltet werden. Aber ich komm doch nicht an den Knopf. So blöd bin ich nicht. Nach 36 Jahren mit Metall verheiratet und mir einer erzählen, wie ein Flex funktioniert. Schlüpfer noch nicht selber anziehen und mir einer erzählen, wie man Scheibe wechseln muss. Christian Heinen. Ich habe sehr wohl was gelernt. Mit der Schnur kann man schönes, gerades Ergebnis rauszukriegen, um die Flächen auszumächen. Ja, das ist doch wahr. Man kann auch hier mit der Schnur eine gerade Fläche ausmessen. Messen. Wieso lachen wir alle drüber? Was spricht dagegen? Moritz Clay. Udo definiert die unendliche Geschichte neu. Aus jedem Video wird ein Mehrteiler. Ja, weil hier auch hier nie was richtig funktioniert, wenn mir was anpackt hier. Udo Kuhlmann. Ich habe von Udo gelernt, zu welchem Friseur man nicht geht. Mann, der Zinken ist ja immer noch voller Aare. Außerdem passt da eine Wurst rein. Hat dir schon mal jemand einen Tunnel ins Gesicht gehauen? Meine Kommentare mehr, mir muss jetzt los. Kannst du einmal was Müsliges tun? Ja, du musst immer die Kamera festhalten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Spekuliereisen aussetzen, sonst kann ich nichts. So, gucken, ob alles passt. So, Stange passt durch den Reifen. Udo hat wieder richtig gemacht. Oh, das geht nicht. Udo kann nicht sein, weil die Schraube noch nicht zurückgedreht ist. Welche Schraube? Die ich hier gleich um Hals wicke. Natürlich der hier Penükel hier. Der muss zurückgedreht werden. So, der muss ein bisschen zurück, dass innen drin glatte Fläche ist. Nun passt auf, mir zeigt jetzt ein cleveres System mit Udo. Der Schraube kommt jetzt vorne drauf. Und dann wird das festgedreht. Und dann kann das Rad nicht runterfallen. Dann merkt man, dass mir 36 Jahre Metallfahrt ist. Hier oben. Wir haben extra Buchsen genommen, um da die Querverbindung ranzuschweißen. Mann, zu mir ist blöd. Das Flackeisen wird hier an der Buchse festgeschweißt. Das ist das System mit Udo. Man muss dir sagen, das ist schon clever, ne? Natürlich ist das clever. Mir ist ja nun nicht Willi jetzt seit 36 Jahren. Mir hat auch ja schon Konstruktion da gemacht. Wo ich selber gedacht habe, das fällt zusammen und hat funktioniert. So, jetzt heißt das erst mal messen. Wir haben jetzt die Tiefe vom Reifenseite. Dann nehmen wir dann 13. 13 Zentimeter ist die Höhe vom Flackeisen. Jetzt sind sie eine Höhe der Anzeigen. Da brauchen wir vier Stück. Acht. Ne, vier! Acht. Wieso acht? Denn wir haben vier Reifen. So, und jetzt einen Moment eben. Dann hast du die verkehrten Reifen mitgebracht. Wieso sind doch vier? Wilke, wie willst du den dann nachher drehen und fahren? Wie willst du das denn mit zwei Reifen machen? Ja, aber das geht doch, dann musst du doch mit, mit, äh, Gelenk drin haben, einen Reifen. Nein. Geht nicht auf die vier, auf die Ecken. Du hast doch gesagt, wir bauen X. Ja. Und du wusstest auch, dass wir vier Reifen haben. Ja, aber das geht doch nicht mit vier steifen Reifen. Natürlich. So. Professorisch zeige ich dir das jetzt. Doch an jeder Kante ein Reifen dran schweißen. Ja, das kann ich, aber die drehen sich denn nicht? Ja, müssen die doch nicht. Dann musst du nur geradeaus und rückwärts schieben können. Die schiebst du doch nicht, wenn zwei Reifen so stehen und die anderen beiden reinstecken so. Wer soll das schieben? Nein. Du schweißt das ja so hier drunter, das Blech, dass der Reifen da hinkuckt. Die gucken alle nach vorne. Professor, hat wieder Reifenologie gestundiert, oder was? Du wolltest, wenn ich nichts gesagt hätte, hättest du die wirklich so dran geschweißen. Ja, ich dachte jetzt ganze Zeit, du willst so, 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 das hat nicht funktioniert. Aber jetzt, jetzt hast du vor, hier zwei hinzusetzen und du hast jetzt vor, hier zwei hinzusetzen. Blut ist dir gar nicht. Du hast wirklich Reifen, äh, ne, wie heißt das jetzt auch, Reifenlogie, äh, Studiere, wie? Mach das nächstes Mal ein bisschen anders. So, jetzt machen wir das eben auf Zeichen, die Zuschauer das versteht. Das Kreuz, so, jetzt hat Wilke vor, jetzt, die Reifen, weil das ja jetzt von unten ist, das siehst du, das mache ich, bei uns in der Zeigung heißt das immer unsichtbar, dann wird das gestrichelt. So. Erlauben, zwei Reifen. Und? Oh, nee, nee, verstehe. Weißt du, wie du es auch hättest machen können, malst du da ein Pflaster oder was? Nee, das sind die Reifen, die unsichtbar sind, weil die ja von unten drankommen. Oh, bis du doof mir ablenken. Wir machen das nochmal neu, das sieht aus wie ein Pflaster, Udo. Jetzt clever, die Wasserwaage da so drauf zu klopfen. Ja, die Bläschen gehen wieder zusammen, so. Kreuz mal. Bleib stehen. Einmal. Zweimal. Du kannst die Reifen doch jetzt einfach so malen, guck mal. Weil, die sind dann ja unten. Siehst du das? Ja, Herr Professor. Hier legst du noch eine Querstäbe. Ja, schön. Und da ist dann nochmal der Reifen. Ja, mir ist jetzt so glücklich, dass du das gemalt hast. Ja, gut. Was los? Nix, nix. Mir macht das jetzt so ein, weißt du eigentlich, dass wir schon wieder eine Stunde hier an Gange sind und wir haben noch nicht ein Reifenfest. Der Zuschauer hat mir das erklärt, das scheiße Stimmt. Einer kapiert, mir versteht das auch nicht, aber das ist das unsere Konstruktion mit Reifen. So, wir hatten Wildgesicht das vorgestellt. So, und jetzt lass uns endlich mit Handelskraft und Manneskraft hier den scheiß zusammenbauen. Jetzt haben wir das Ziel vor Augen, Udo. Mir hat auch jeden Tag ein Ziel vor Augen, dir ein paar in den Hals zu geben. Mir tut's nun nicht. Sollen wir dann eine blöde Zeitung halten? So, Achtstücke müssen wir jetzt lexen. Und dann nimmst du jetzt den Akku raus. Mir hat keinen Bock mehr auf solche Kommentare. Musik im Spiel im Eisen. Da muss ich ja gespannt werden. Weil da gibt's die Situation. Das ist das Ding. Das ist schon wieder scheiße. Darf ich mal was sagen? Ja. Jetzt mal im Ernst. Ganz im Ernst. Ja. Auf, wenn ich dich mit der Taucherbrille nicht ernst nehmen kann. Oder nicht mit der Taucherbrille. Nimmst du Flex. Ja. Packst deine Scheibe drauf. Ja. Drehst das mit den Fingern fest. Ja. Denk kurz drüber nach. Das kannst du, wenn du den Penükel reindrückst. Kannst du den festdrehen. Aber da gibt's doch ein Werkzeug für, um das festzuziehen. Der Klugscheißer hier am Berge, das glaubt ihr nicht. Der Klugscheißer, der Werkzeugbauer zwischendurch gelernt hat. Und da weiß noch keiner was von. Die wickeln doch nicht umsonst dafür so einen Schlüssel, um das festzuziehen. Du machst das immer mit den Händen. Dafür ist der Penükel. Der Rote hier. Den kannst du jetzt festdrücken. Udo, du hast die ganze Zeit all den Akku da drin. Ich soll mich nicht wundern, wenn du irgendwann ohne Arme hier sitzt. Ja, mir hat der schon. So. Fachgerecht. So. Wenn das mal passen würde. So. So meinst du das, ne? Ich hab das nicht gefilmt. Du musst es doch richtig zeigen. So. Ja. Fachgerecht. Zack. Und schön festziehen. Ja. Sicherheit geht immer vor. Ja. Liebe Zuschauer, Entschuldigung. Nicht nachmachen. Bitte jetzt keine dummen Kommentare darüber. Ich hab das nicht gefilmt. Das hat du wieder nicht gefilmt, ne? Was? Was du gezählt hast. Acht. Und sind nur sieben. Wenn du wieder nur bis sieben in der Schule gelehrt hättest, dann bist du abgehauen. Weil man mal wieder ein Nutella-Brot für dich gemacht hat, oder was? Ich bin rasch mit den Kühen auf der Kuhwiese gestanden, um zu stinken und mit deinen besten Freunden. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt acht Flakkeisen für die Unterkonstruktion für die Räder gemacht. Kommen wir wieder zum mathematischen Teil. Das heißt, wir müssen die Stangen jetzt schneiden. In einer Breite, wo die Reiben drauf passen. Die werden da festgesetzt. Und da müssen wir jetzt vier Stücke von schneiden. Das heißt jetzt vier Stücke schneiden. Was ist? Das wird nie wach. Du brauchst keine Länge messen. Du kannst jetzt einfach eine Breite ein bisschen länger durchgucken lassen, festsetzen. Und da werden die Stützen dran gemacht. Vier gleiche Längen. Das ist jetzt die Länge für den Reifen. Da kommt links und rechts die Hülse drauf und dann die Bestrebung. Und ob mir das jetzt richtig hat, tut man erst mal den Test machen. So, siehste. Länger lassen. Da kommen jetzt die Dinger drauf. Und dann müsste das nachher passen. Müsste oder passt? Das passt! Den verschraube ich jetzt mal, dass das auch jeder sieht, dass das passt. Wo ist der andere Pönökel denn? Den hast du doch weggelegt. Ja, der sitzt hier noch auf der Stange. Bisschen Spielraum. Oh, wirklich, ich seh das auch nicht, wenn du im Weg sitzt. Wenn man deinen Büffel-Hüften-Körper im Weg stellen muss. So. Soll man mir mal sagen, mir ist blöd. Siehste? Löp. Kudos, goldene drei Regeln. Regel Nummer eins. Metall arbeitet, wirke nicht. Regel Nummer zwei. Mir hat recht. Und Regel Nummer drei. Wenn mir mal nicht recht hat, hat Kripp, 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 Regel Nummer zwei geklappt. So, ist doch so. Sie hat immer recht. So, nicht immer recht, aber hier hat er recht. Ihr Zuschauer, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr Udus Konstruktion findet. Schreibt mal ausführlich in den Kommentaren, wie ihr die Konstruktion findet. Nicht nur doof und blöd, sondern richtig fachmännisch Kommentar. Hat mir auch Spaß zu lesen. So, können wir jetzt weitermachen. Weil jetzt bin ich gerade in so einem Rausch, wo meine Gehirnzellen richtig funktionieren. Udo ist jetzt mir, also ganz ehrlich, mir ist jetzt nicht im Brass. Udo ist jetzt wirklich kreativ. Die Gehirnzellen, die rauschen jetzt wie Butter. So, das kommt da drauf. Boah! Wieder schweißen. Ja? Nehmen wir das Rad wieder ab, sonst machen wir da Funken drauf und dann verbrennst du den. Und wie kriegst du die Reifen da wieder drauf? Funfrage, Funfrage. Oh ja, scheiße. Stimmt ja. Ne, stimmt nicht. So? Ne. So. Wir reifen ja gar nicht mehr drauf. Doch, doch. Das sind ja die Hülsen, die ja nur drauf geschweißt werden, nicht das Rohr. Ah. Ja, siehste. Mir muss einmal nur gucken auf Metall, dann läuft das schon. Gut, das Gehirnzellen sind heute nicht im Brass, sondern wirklich kreativ. Hülsen fertig schleifen, äh, schweißen, äh, ah. Hülsen, Anzeigen, Entschleifen. Drauf machen, fertig schweißen. Schweißen, nicht schleifen. Hab ich gesagt, schweißen. Nein, du hast schleifen gesagt. Wege ziehen. Mir hat jetzt ganz deutlich gesagt, Hülsen anzeigen und schleifen und danach schweißen. Warum willst du die denn schleifen? Ja, das schneien, das ist doch egal, ob schleifen oder schneien. Das hat kein Unterschnitt, weißt du was? Ich schleife mir gleich erstmal schön ein Stück Brot ab. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Zwölf. 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 Hülsen, Plagueisen fertig. Ich hatte jetzt die Augen zumachen, ohne Sand jetzt heute Abend. Ja, letztes Mal hast du mir wieder vorgeheult, du hast nachts Sand in den Augen gehabt. Heißt auch für die Zuschauer, die es nicht wissen. Verblitzen. Ich hatte die Augen verblitzt. Ja. Warte halten, du bist schief. So, ich halte den jetzt für dich gerade. So, festhalten. So, lass mal los. Ist noch nicht fest. Wer hat da schon wieder dran herumgespielt? Jedes Mal, wenn der weggestellt wird. Wilke, du sollst hier weiter... Ja, ich kann doch nicht alles gleichzeitig. Ja, das muss ich aber auch können. Na, hier weiter wieder hin. Gut, stopp. Frikadellen, Udo. Ja. Was Udo brennt, das hält. Was Udo schweißt, das fällt. Frikadellen, Udo, bist du jetzt. Brutzelbärti, ey. Oder auch genannt Klötenkönig. Ja, Klötenkönig gönnt dir gleich ein. Schlüpferbärni. Ja, jetzt hör auf. Mir hat keine Zeit für Schlüpferbärni, du musst Schweißnach setzen. Schau, das ist auch wichtig, dass das ordnungsgemäße Schweißnaht rankommt, dass das auch hält. Hier wiegt ihr. Der hält. Wir müssen aber gleich hier noch eine Nahtung zusetzen. Aber das mache ich gleich. Brutzelbärti. Ja, Brutzelbärti, brutzel dir gleich ein. Bitte jetzt gerade so festhalten. Tich, du bist wieder auf einer Seite. Ja, ich hab da noch gar nicht. Nee, du sagst jedes Mal, ich hab da noch nicht. Meld dich! Ja, mach ich doch. Na, Ulo. Ey. Ich bin am Fehl. Brutzelbärti, ich brutzel dir gleich ein. So, brutzel. Der ist auch nicht ganz gerade drauf. Na, jetzt ist er schief. Na, rechts. Nein, so, ich muss so. Der hält doch wie eine Eins. Ja. Na, sechs, siehmal, weil der nicht den rübergeschlagen hat. Glaubst du, dass er so clever den Reifen da liegen zu lassen? Statt den selber jetzt hinwegzunehmen. Filmst du das und warte so lange, bis ich dann fertig geschweißt habe. Nee, das ist mir gerade erst aufgefallen. Ja, als dir das aufgefallen ist, hättest du den ja schon wegnehmen können. Dann warst du am Schweißen. Ja, und warum nimmst du den ja nicht weg? Weil du am Schweißen warst. Ja, und was ist denn jetzt das Problem, wenn du den jetzt weggenommen hast? Er hat mich verbrannt. Ich sag auch nicht, dass der Feuerlöscher hier steht. Du hast den ja doch hingestellt. Aufräumen mit dem System mit Udo. Ja, aber mir hat den ja nicht hingestellt. Ach, ich bin hier mit dem Scheiß. Krieg ich ne Krise. Wo ist das Ding denn jetzt geblieben? Was ist denn jetzt blöd? Da liegt der. So, der Pinökel hier rein. Was ist das? Lass doch abkühlen. Ey, jetzt, ich kühle dir gleich ein, weißt du. Dann sagst du zu mir, lass uns den drauf machen, können wir den ersten schon fertig machen. So, jetzt präsentiert Udo euch das System mit Udo. So, das ist jetzt das Konstruktionsmittel von vier Reifen für Konstruktion von Udo. Das wird jetzt drauf gesetzt. Ja, willst du das nicht mal kurz erklären? Siehst du das? Ja. Siehst du das Ding? Das, ey, hau ich dir gleich so um die Ohren, dass du es verstehst. So, und jetzt lass mal einer sagen, Udo kann nicht messen. Ist das Perfektion mit Udo? Junge Udo, ey, was ist mit dir los heute? Mir hat jetzt Gedanken drüber gemacht. Mir hat sich wirklich schlau gemacht jetzt. So, so wird es dann drangesetzt. Der Klinger verbrannt. Na eins, äh, Konstruktion. Warte, Udo, warte. Warte. Hör ihm Udo ein Segelflugzeug. Mir hat keine Zeit für Segelflugzeug. Mir lass das doch jetzt erklären. Das ist eine Konstruktion mit Udo. Das wird gleich so drangeschweißt. Ja, aber... Was ist jetzt aber? Guck mal, da ist ja gar kein Spielraum zwischen. Der Reifen kann sich ja gar nicht drehen. Den hebe ich doch höher! Ist dir blöd? Den kannst du, den hab ich doch nur erst so hingesetzt. Du hast eine IQ von sieben und zwei IQ von acht fängt, den Knäcktenbruch dann zu schimmeln. Warte, nochmal, wenn ich heim oder heim ist. Im Brassbind vergesst das. Ich will das doch hier fertig haben. Bist du eingeschlafen? Nee, mir muss doch erst den Schleifen. Ich will das jetzt ganz eng hier dran setzen, dass das Rad auch richtig Spielraum hat. Und wenn du hältst das schief und das Rad läuft nach dem Schief, dann kannst du jetzt schon Geburtstag feiern, weil dein Arsch so viel Haube kriegt. Wieder zu kippen. Höher. Ganz eben auf der Kante. Nicht auf der Kante, sondern in der... Ui, oh, viel kitziert. Bist du auch. So. So. So festhalten. Gerade. Ja, du hast... Du hast doch jetzt verrutscht. Ja, ja. So. Ja. Jetzt hat's wieder schief. Komm, Brutzel, Bernie, hau doch jetzt einen vor. Dann nur geheftet. So, das hält. So. Wir halten, drehen. Jetzt alle in den Kommentaren. Lob für Udo. Ein kurzer Moment inne, Udo. Ich glaube wirklich, das erste Projekt, das erste Ding, was wir bauen, was wirklich funktioniert. Mir glaubt er auch. Du hast ja gar nicht getroffen. Ja, natürlich. Weg. Du hast ja gar nicht getroffen. Natürlich. Ach, hör auf zu labern. Ich hab da doppeltes Schicht gesetzt. Ja. Das ist Beweis, dass du mit 26 Jahren mit Matt Donuts verheiratet bist. So, liebe Zuschauer, jetzt machen wir das richtig spannend. Richtig spannend. Das Finale kommt am Sonntag. Ob alles hinhaut. Jetzt will ich jetzt spannend, weil wir beide selber gespannt sind, ob es funktioniert. Jetzt schreibt mal alle in den Kommentaren, was ihr denkt, ob das Projekt funktioniert. Alle mal auf Gefällt mir drücken und aufteilen. Sonntag, 18 Uhr, das Finale. Das ist ja spannender hier als Deutschland mit dem Superstar. Ich bin aber auch gespannt. Also, ich glaube, es funktioniert wirklich. Weil sonst sind unsere Projekte immer scheiße und funktionieren nicht. Aber hier, muss man nicht eingestellt. Klappt ja niemand. Ich hab jetzt aufgehört. Ich bin Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro. Aber lasst einen Daumen. Oder die Kommentare drin. Oder abonniert unseren Kanal. Wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock mehr. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil das alles zu viel ist. Wir machen jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal. Mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Hey, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro. Das kannst du ja mal sagen. Das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro, Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarte. Blödsinn, Outro.